Servus 47, es ist ein richtiger Krampf gewesen das Gegnerteam da zu legen. Hier haben wir die Helden mit den Artefakten und ja, seht selbst. Ich habe jetzt hier ewig und drei Tage, ich habe es mit Thoran Cheese versucht. Keine Ahnung, das hat jetzt mal geklappt. So, jetzt kommt gleich die dritte Ulti. Und wo ist jetzt die zweite? Keine Ahnung. Und da war es endlich geschafft. Absoluter Wahnsinn. Diese Stage, die hat mir gerade echt den Rest gegeben, so ein bisschen. 208 Versuche. Egal, wir sehen uns. Ciao, ciao.